Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hausflippers. Wir haben es jetzt gerade 53 Uhr 47. Keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, Spielplatz und Böbberkuh. Sie müssen in die Bäume fallen. Machen wir das. Müssen wir mal was anderes machen. Also. Wie knackst. Super cool. Herzlich Glückwunsch. Du hast das neue Toolfly geschaltet. Super geil. Ist die Frage. Welche Bäume? Was habe ich hier immer so einen grünen Radius drum? Ah. Hier. Ich denke mal, ich muss sogar hier, damit er nicht aufs Haus fällt. Oh. Ähm. Können wir uns nicht, dass die Nachbarschaft drum? Nun dann. Hoppla. Schneide den Baum. Oh. Ähm. Hä? Ä Kas. Ähm. Äh. Ähm. Äh. Äh. häi. Äh. Hm. Ah! Oh, dieser Husten. Oh, ist das nervig. Per Grabe und Fülle. Längst. Längsteig. Längs. Ich... Schätze mal, wenn dann hier... Oh mein Gott. Ich kann nicht mal gedrückt halten. Oder? Nein. Wie, das war schon? Gut. Gut. Na, hör auf. Zu spritzen. Ah, ah, ah. Ja. Habe ich gut gemacht, ja. Finde ich auch. Gut. Und um unseren eigenen Garten werden wir uns auch nochmal kümmern. Aber erstmal möchte ich hier... Substrate für Tinkaturen statt Blumen. Wenn ich mich gerade noch gut erinnere, weil es mal so, dass es ganz gut war, sich das durchzulesen alles. Ach du Scheiße. Ich will den Pool. Ich will den Pool. So. Entferne Unkräuter. und dann Entferne Unkräuter Gut Mähe den Rasen Dafür holen wir uns natürlich einen neuen Rasentrimmer Das ist natürlich sehr nervig Na, falsche Taste Jetzt haben wir einen neuen Trimmer Kann er die Bäume fällen? Nein Frisch geschnittenes Gras Honig auf meine Herzen Gut Oh Gott, oh Gott, oh Gott Bakus Viele Okay Schön Hä? Hä? Ich will die einpflanzen Pflanze die Pflanze Pflanze Jetzt Genau Alle wollen die andere Pflanze reinkippen Oh Oh Wieso auch immer das nicht so gut funktioniert Kann ich leider nicht sagen Ja Oh Achso, ich dachte schon Okay So Na Ich will auf einmal gehen Funktioniert schon mal nicht Eckhaufen Na ja 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 Schöp Vier von fünf Das ist doch schon mal gut Einer Burnerbaum Nein Ist gefährlich Ein kleines Pflänzchen hier So Es prallt stark ab Gut Burnen Ein kleines Pflänzchen Ach Mit Klarer Burnen Baum Das Fällen von den Bäumen hat mir mehr Spaß gemacht Oh Gott Der muss aber mehr gießen, oder? Ne So Mittlerer Kirschbaum Zwei Kirsch Zack 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 Können die Nachbarn sich Auch dran bedienen, wenn er größer ist Der mittlere Kirschbaum Und noch mal Direkt neben dem Pool, damit die Blätter drin sind Also schon in den Pool reinfallen Ist wichtig Man muss immer was zu tun haben Ohne geht nämlich nicht Gut Blaumen Ach Leute Bisschen an der Übersetzung Also weiß ich nicht Ah Naja So schwer kann die Übersetzung Oder so teuer kann die Übersetzung nicht sein Um da sich jemand zu holen Ah gut Es kann auch sein, dass da jemand einfach ein F vergessen hat Naja Ich warte mal auf ein nächstes Update Kann ich jetzt eigentlich Ach jetzt egal So kann ich sogar von dir Bespritzen Das versuche ich gleich mal von weiter weg Ein bisschen Spaß muss ja auch sein Bei der Arbeit Beim Maus klicken Hä was war das denn? So Nee Naja Vielleicht ja Oh Gott Entferntenkräuter Oh Gott Wäre auch ein bisschen sehr komisch Wenn da drunter jetzt Wenn da drunter jetzt Unkraut gewesen wäre Hä Hä Ich muss das auch gestehen Dass ich jetzt hier kein Unterkraut Kein Unkraut mehr sehe Hm Oh Also Nachbarn Was ist das da hinten? Achso Das Ende der Welt Ich sehe jetzt trotzdem kein Unkraut Ernsthaft 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 Ja, eins habe ich schon mal gefunden. So, warte mal. Nee. Habe ich noch einen Fertigkeitspunkt? Nee, das hier ist wichtig. Ah, hier vorne, wa? Hm. Gut. Haben wir das schon mal fertig? Puh. So. Ah, geil. Ah, nee, das ist kein Unkraut. Das auch nicht? Na gut. Gut. Kornelkirsche. Kornelkirsche. Zwei. Oh Gott, okay. Äh. Finde ich persönlich viel zu groß für dieses kleine Fläschchen, aber... Okay, ich habe glaube ich gerade einen kleinen Bug oder, oder, oder. Ja, Bug. Herausgefunden. Ferne Unkräuter. 97. Sehr schön. Zierquitten. Zierquitten. Wie viel? Drei. Auch so kleiner. Tatsächlich. Also man braucht nur so. Zack, sobald es weg ist, kann man loslassen. Hm. Sehr interessant. Oh Gott, ist das weiter am Rand. Oh Gott, ist das weiter am Rand. Ach, cool, da gibt es sogar mit Farben, also mit verschiedenen Früchten dran, das ist cool. Wie ist es so groß? Oh Gott, wie ist es so groß? cool. Cool. Teamwork. Teamwork. Na ja, was ist Teamwork? Das ist Quatsch. Und jetzt hier ist das? Alleraufgaben sind erledigt. Jetzt haben wir den Garten hier ein bisschen, hier die Polster sind ja nicht meine. Wow, ist wie eine Garage aufgebaut. Naja. Wie dem auch sei, wir sind fertig. Wir haben alles geschafft. Klingt zwar nicht so viel Geld, aber vielen Dank für's Zuschauen, wenn ihr mich gebt. Schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.